willkommen zurück bei uns hier auf unserem kanal bei einer neuen folge der last of us in der letzten folge sind wir hier vorne bei der treppe gewesen und haben die folge da auch beendet und wir gucken jetzt mal was unser nächster auftrag ist von da hinten sind wir gekommen und wie ich sehe sind hier feinde kriegen wir jetzt unser bogen ich würde ja ich würde ja so ein bogen ja jetzt haben wir zwar feile aber wo ist der bogen nein ja ich würde ich würde gerne das haben dass wir im schleich modus am besten auch die sachen sehen also so eine bombe ist explodiert dann lass uns doch mal schauen was passiert ist der rauch hast du gar nicht aufgefallen du findest uns jetzt geil oder was nein 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 Nein, 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 nein Oha! Oha! Meine Fresse! Alter! Junge! Das geht aber jetzt auch hier schon wieder ab. Das ist ja mal... Jetzt muss ich erstmal erste Hilfe hier nehmen. Das ist ja mal... Lecko Mew am Arsch! Das war jetzt mal tricky. Tricky, tricky, tricky. Und wir haben es... Sagen wir mal... Wäre schlecht als recht überstanden. Also es war okay. Wir hätten es auf jeden Fall... 5000 mal besser lösen können, müssen, sollen, tun. Und wir untersuchen jetzt einfach mal ein bisschen jetzt... Die Explosion dahinten. Gleich. Oh, woher gehen wir jetzt da direkt hin? Ich glaube nicht, dass es Tommy war, oder? Also, meint ihr jetzt wirklich, dass es Tommy gewesen wäre? Kann ich mir kaum vorstellen. So, dann lassen wir uns nochmal gucken. Gibt es hier irgendwelche Überraschungen? Hallo, hallo, hallo. So, hier gibt es auf jeden Fall eine Notiz. Lass uns nochmal gucken. Von unter Saving. What? Super Schlussverkauf! Unschlagbare Angebote bei Ro... 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 Ja. Mit diesem Gutschein erhalten Sie 25% Rabatt auf Ihren gesamten Einkauf. Okay. Also hier seid ihr rausgekommen, oder wie? Okay. Also, scheint er ja... Oh fuck! Verpiss dich! Alter, Alter. Ja, er hat mich jetzt leicht eiskalt erwischt. So ein bisschen. Aber okay. Ja, da ist auch ganz schön... Siehst aber ganz schön... Blutig aus. Ja. Das wird gehen. Geil! Jetzt haben wir Pfeil und Bogen. Da sehe ich mich doch. Bei Pfeil und Bogen. Was brauche ich denn dafür? Oh ja. Oh ja. Mach es vor. Mach es. Mach es vor. So, gibt es jetzt hier noch wieder... Wunderbar. Ja, hier gibt es noch Werkzeug. Stuffidi-Stuff. Stuffidi-Stuff. Gibt es noch für Stuff? Nein. Nein, ich kann nicht mehr zurück! Nein. Ihr Witz. Was habt ihr doch geplant, dass ich nicht zurück kann? Das finde ich blöd. Da waren nämlich noch Munition und auch so Stuff, den hätte ich gerne mitgelaufen. Ah, nice! Jetzt kann ich mit dem Bogen... So kann man Puppen auch nutzen. ...erhalten und den Bogen gespannen, bis er voll aufgeladen ist. Okay. 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 Ich hab's noch drauf. Wo ist der denn hingegangen, bitte? Okay, der ist dahin. Dahin. Achso, beide sind da am Hals rangegangen. Okay. Also wir haben einen leichten Drop. Nein! Ich kann nicht mehr Pfeile mitnehmen. Also wir haben einen leichten Drop, was das angeht. Äh... Minimal. Das ist aber okay. Finde ich jetzt persönlich. Was mich noch mal freuen würde, wäre, wenn die... Nein. Hier ist noch ein Eindringling! Ein Mädchen! War sie hier? Nein, aber dieser Kerl ist hier irgendwo. Ach, scheiße! Wir suchen zwei! Wo kommt dieser Rauch her? Er hat einen Truck hochgejagt. Wie konnte das passieren? Jetzt findet sie! Ich finde die Eindringlinge! Der Hund könnte mir ein ganz großes... Das könnte ein ganz, ganz großes Problem werden. Und ich möchte Hundi eigentlich nichts tun. Aber, wenn es darauf ankommt, muss ich Hundi was tun. Ich will aber Hundi nichts tun. Oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee. Okay, hier unten ist noch nichts. Okay, da drüben sind wir. Ist hier jemand? Ich seh! Ich seh! Gleich im Ende! Zerflucht doch mal! In Ordnung! In Ordnung! Ich weiß nicht, was? Ah, Hundi, ich will hier nichts tun. Aber ich muss hier leider was tun. Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Wir sind am Haus gegangen. Okay. Kurze Timeout. Kurze Timeout, Freunde. Auf geht's! okay 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 so wo bist du warum kann ich nicht okay ich sag ja der hund ist mein problem wir versuchen jetzt mal hier so ninja mäßig uns durch nicht durchs haus zu schleichen sondern durch den garten geht nicht schade wir gehen jetzt hinten lang versuchen mal so sneaky bastard technisch hier dran vorbeizusteppen das funktioniert noch nicht so jetzt muss ich aufpassen dass ich gar nicht weil warum auch gut auf ein neues was Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ist alles klar? Alles sauber. Alles sauber. Okay, es ist jetzt gerade sehr... Hey. Hier, hier! Scheiße. Sie darf nicht entkommen! Schnapp sie dir! Wo ist sie? Oh ja. Oh, was? Ich habe sie! In diesem Fall! Ja, 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 ich renne einfach nur. Falls ihr jetzt gerade sehr viel Reden-Content erwartet, erwartet es nicht von mir. Ja, ich hoffe, ich habe ein paar Checkpoints erwischt. Ich hoffe es. Also wirklich. Schauen wir uns hier mal um. Warum holen Sie so viele Leute für einen Eindringling? Wegen der Scheiß-Schule und dem TV-Sender. Ich dachte, das waren Scars. Diese Eindringlinge arbeiten vielleicht mit ihnen zusammen. Nicht nachlässig werden. Das nur das. So. Alter, dieser Hund! Jetzt kommt mir meine Klammenschküter. Ich brauche mich nicht finden. Ich bin weg. Nein. Ich bin weg. Also rennen scheint nicht die Taktik zu sein, aber ich werde sie trotzdem versuchen... Räuchert sie auf! Los, los, los! Los, um sie herum! Alter! Nicht bewegen! Ich bin weg. 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 Alter. Keine Spesten, Alter. Hier ist ein Eindringling! Hier war ein Eindringling. So... So, dann sollen wir mal weiter. Scheiß habt ihr, Alter. Lass dich hängen. Jesse. Wo ist Dina? In Sicherheit. Sie ist nur krank. Was hat sie? Nichts Schlimmes. Scheiße, das sind echt viele. Hey, bist du stark verletzt? Wird schon wieder. Deine Freunde haben mich überrascht. Ganz ohne Vorwarnung. Sag mir, dass du nicht allein bist. Reg dich später auf. Du bist so ein Idiot, das weißt du schon, oder? Ja. Okay. Siehst du den Truck? Das ist dein Plan. Wir müssen hier wegkommen. Okay. Bereit? Ja. Bitte sei vorsichtig. Hey. Hör! Sie rennt! Gleich hier drüben! Ich bin dran! Ich bin dran! Chris! Scheiße! Ich bin dran! Ich bin dran! Auaa! Das... tat mal weh. Was? Ellie! Hab die Schlüsse! Weg hier! Okay. 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 Schnell einsteigen. Und auf Wiedersehen. Okay. hey! Wir hätten sie da! Ich haben mehr! Ahh! Schauen! Jackie! Ich versuch's! Ich versuch's! Ähm! Kleiner Wichser, Alter. Alter, ist ja immer gar keine Action hier, Alter. Ja, klar. 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 Okay. Jetzt vorwärts gegangen und mit ihm, Juni. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Wir werden einen kleinen Arm, we suchen. Das wird jetzt zu谷 Mitch. Okay. Ich glaube, wir sind sicher. Okay, komm. Danke. Okay. Hier lang. Okay. Dina! Hey. Oh mein Gott. Jess. Hey Dina. Hey. Alles okay? Ich brauch nur ne Portion Schlaf. Wir sollten reingehen. Ja, okay, komm. Langsam. Bist du an Maria vorbei? Mich rausgeschlichen. Ich lass meine Freundin nicht im Stich. Und du bist kank? Oh, nur... ...ein bisschen Bauchweh. Komm. Setz dich doch, ne? Nein, nein, nein. Ach, das musst du nicht machen. Ach, sei still. Wann bist du aus Jackson weg? Einen Tag nach dir. Aber an der Grenze zu Oregon war das viel schlimmer. Ich hatte letzten zwei Wochen jeden Tag 18 Stunden unterwegs. Okay. Ja. 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 Hörst du mir zu? Ja. Alles gut. Okay. Ja. 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 Tobeidon Bogen einfach mal ausprobiert. Und ja, sagen wir mal so, haben kläglich versagt. Ihr werdet ja im Zusammenschnitt gesehen haben, wie gut wir durchgekommen sind. Im Endeffekt selber haben wir eigentlich gar nicht ninja-technisch das irgendwie gelöst. Sondern wir sind einfach nur weggerannt, wie kleine Mädchen. Na egal, hat trotzdem irgendwie hingehauen Ich hoffe dennoch, ihr hattet Spaß Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar Und damit keine Beratung voll verpasst, auch gerne unseren Channel abonnieren Ansonsten sage ich, bis dahin erstmal Reingehauen